Hallo, schön, dass Sie sich für mich und für die Politik der SPD interessieren. Ich kandidiere im Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg für den Deutschen Bundestag. Mein Name ist Martin Rabanus, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und arbeite für die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag und kümmere mich dort um den Bereich Bildung, also um Schule einerseits und Hochschule andererseits. Jetzt möchte ich in den Deutschen Bundestag wechseln, um mitzuwirken daran, dass Deutschland sozial und gerecht wird. Ich möchte daran mitwirken, dass Frank-Walter Steinmeier Bundeskanzler wird und wir in der schwersten Krise, in der wir jetzt sind, auf Menschlichkeit und Verantwortung setzen können. Die Krise, ausgelöst durch unverantwortlich handelnde Menschen, die die Taschen nicht voll genug bekommen konnten, vor allen Dingen im Bankenwesen, stellt uns vor ganz große Herausforderungen. Stellt uns vor die Herausforderung, Arbeitsplätze in unserem Land zu erhalten, möglichst viele. Stellt uns aber auch vor die Herausforderung, für diejenigen Menschen etwas zu tun, die ihren Arbeitsplatz erkennbar und absehbar nicht behalten werden. Wir müssen für Qualifizierung sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen Perspektiven haben, für sich selbst, aber auch für den Arbeitsmarkt, wenn wir in wenigen Jahren hoffentlich die Krise durchstanden haben und dann wieder auf qualifizierte Menschen angewiesen sind. Wir als Sozialdemokraten sehen es als unsere Aufgabe an, den Menschen zu helfen, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, sondern den Menschen zu helfen, die vielleicht einen Rucksack mit Steinen auf dem Rücken haben. Und wir müssen als Staat, als Gemeinschaft dafür sorgen, dass diese Steine aus dem Rucksack hinauskommen. Das sind Grundüberzeugungen, die uns als Sozialdemokraten auch von unseren politischen Mitbewerbern trennen. Und das ist etwas, was mich ganz persönlich auch von meinem persönlichen Mitbewerber trennt. Ich möchte auf Gemeinschaft setzen und nicht auf Egoismus. Ich möchte auf fairen Umgang miteinander setzen und nicht darauf, dass einige wenige ihren Vorteil suchen und alle anderen im Zweifelsfalle auf der Strecke bleiben. Und wenn du ganz persönlich sagst, das sind Überzeugungen, die teile ich, dann mach mit, mach mit bei uns bei der SPD oder auch unterstütze mich persönlich in meinem Bemühen, in den Deutschen Bundestag zu kommen und die Ziele umzusetzen, von denen ich eben gesprochen habe. Kontakt gerne über meine Homepage www.martin-rabanus.de und dann können wir gemeinsam dafür sorgen, dass Deutschland sozial und direkt wird und bleibt.